Willkommen zu meinem Let's Play Civilization 5 Quarantine Kings mit den Ägyptern. Letztes Mal hatten wir uns ja hier gucken, die Stadt fast eingenommen. Er schickt natürlich immer noch mehr Einheiten hier hin. Ich hoffe, ich habe bald jetzt sein Gestand hier mal beseitigt, damit ich endlich mal die Stadt hier einnehmen kann. Es sieht so aus, dass da immer noch weitere Einheiten hier. Aber irgendwann ist ja hoffentlich mal Schluss hier. Wenn ich mal hier einnehmen kann. Damit das hier langsam nervt. Wir gucken mal, die Einheiten sollen wir jetzt noch beseitigen können. Ich nehme erstmal den Speer hier, damit der nicht gleich wieder dazwischen furscht. Oh, Naturwohnen ist gut. Aber die suchten doch einen Naturwohnen. Bis hinten ist ein bisschen nah, oder was ist das? Steht da noch Sekunden. Ein paar Runde hat es noch. Ich werde es nicht auszeichnen. Gut. Gut. Ne. Natürlich nicht. Guck mal, ob ich jetzt hier bin. Komm mal. Ich bin mal. Wir müssen wir hierinig. Da. Ich bin mal. Okay, da muss ich noch mal hier und hide. Was ist so weit, Rick? Ui! So. Den Hof müssen wir ja noch warten bis hier. Die Stadt einnehmen kann. Dann haben wir das Lager ja mal. Die Stadt dann zurück. Prag. Welchen Ding an Stadt verbündet jetzt? Weil ich das gefunden habe. Ja, sieht so aus. Was ist das denn? Ne, seit Verbündung in Prag nicht. Wir wissen mal, ob das Militärische... Ok. Kulturgich. Das auch. Oh, gut. Ne, wagen wir mal mal. Ne, dann wagen wir mal. Was ist das? Gut, weiter. Na, so stark. Na, geht. Ein bisschen was schnell. Na ja. Ich glaube, dass ich etwas habe, was ihr enig belang soll. Oh, lass uns zusammen machen. Okay. Das war der andere Startbomb. Warum bin ich denn eigentlich hier? Mit den S-Bub-Anlagen entfernt haben? Oder wofür? Wofür. Ah, sehr schön. Will ich mal gucken. Ja, ganz schön. Hm. Ich will hiermit liebsten die Stadt einnehmen. Die beiden. Kann ich hiermit auch angreifen? Ja. Oh, mal den hier. Die beiden mal aus. Kann er in der nächste Runde her. Wollen wir nochmal zum... In Schutz. Kann er, wenn er hier fertig ist, hier durch? Ja, kann er. Schön. Wie immer beseitigen hier. Jetzt mal alle... Ein, ein, ein. Hier mal hin. Postieren, damit ich diese Runde hier zeitigen kann. Oh, hier oben haben wir auch noch einen. Kann er mal einhören. Gut. Jetzt haben wir natürlich Gefährdung einer... Alles schwer vor jetzt hier. Aber... Dort heben. Was brauchen wir mal hin? Nach drunten. Na, es klaut mir bestimmt wieder einer. Sehe ich ja schon jetzt. Ja, komm. Runden dann noch her. Bis... Das fertig ist. Vier Runden. Trinken wir um das Weltwunder nicht. Bauen wir erstmal was für die Stadt. Na, bauen wir das mal. Gut. Das wurde gebaut. Das ist gut. Ja, die Bibliothek sollten wir unbedingt mal bauen. Umständen hier oben auch. Weil die ist sehr... Und das ist beim Wissenschaften ein bisschen... Jetzt haben wir mal hier... Naja, noch eine große Wiese. Ich kann okay. Ich würde gleich ja... etwas klüger zurückzuziehen, aber... Oh ne, ist da unten mal. Jetzt nehmen wir mal hier. Ach so schutzlos ist er jetzt auch nicht. Gut. Mit zwei großen Generieren... Das ist ja... Okay. Gut. Gut. Was heißt nächstes? Ja, das Heilen da oben. Und... Gucken was er jetzt hier macht. Eins. Und da ist die Religion. So. Darf der mich jetzt noch an oder... Ach den hat er. Das ist mir eigentlich fast egal. Dann werde ich mal kurz den Prozess hier machen. Und... Und... Bettima hier... Sieh mal das jetzt als erstes. So. Ich müsste eigentlich gehen hier. Ja. Oder? Da muss ich trotzdem angreifen. Ich habe Informationen, die hilfreich sein können. Mal nicht erstellen. Ja, weiß ich alles. Gut. Jetzt ziehen wir mal mit denen einer... vor. Ich muss das ganz klug mal machen. Vielleicht mal will ich den ja mal hier beschädigen. Wenn nicht beschädigen, dann hinziehen. Ja. Ach, dann soll er halt. Sollen wir unbedingt mal wegziehen hier. Sollen wir unbedingt mal wegziehen hier. Ich bin dort hin oder dort hin. Da ist es auf dem klügsten. Gucken wir einmal runterziehen einmal. Gut. Jetzt nehmen wir mal hier hin. Okay. Wir brauchen ein bisschen länger. Hm. Was als nächstes ist. Wie ziehen wir jetzt weiter? Hier. Nein, es kommen wir nicht. Gut, waren wir hier. Können wir es nächste Runde hier müssen. Angreifen. Aber es ist okay. Okay, meine hier. Dann möchte ich eine, wo wir noch... Befehle dahinten. Schwedgampfer. Okay. Dann ziehen wir das hier hin. Dann ziehen wir das hier hin. Gucken, was der nächste Runde sagt. Sie müssen leider warten. Nein. Vielleicht haben wir doch eher Stahl entwickeln sollen. Aber... Ne, warte. Ah, ist auch egal. Jetzt haben wir genug Eisen. Aha. Ah. So. Ja, das ist eine gute Frage jetzt. 30 Runden. Eigentlich nicht. Ich bin gerade so gut im Pfad. Ne, wärs mal. Aber er muss ja auch erstmal hier angreifen, oder? Dass er das alles auf die Stadt angreift, das würde ich ja überhaupt nicht machen. Da ist ja nicht so gut, dass er auf die Stadt angreifen soll. Das ist ja auch so gut. Gusses hat den Krieger im Mongolienkrieg erklärt. Jetzt führen alle Kriege gegen die. Aha. Ja, toll. Jetzt auf einmal. Ja, jetzt auf einmal. Ich nehme irgendwie ein bisschen den ganzen... Auf einmal greifen die jetzt auch an. Lächelig. Ja, das ist ja... Ich fliege an seinen Krieg auf einmal... wenn es gut läuft, dann... ... wird er angreifen, von der weh. So, machen wir mal. Mh, welchen vernichten wir mal? Schwer. So, mal den weitesten außen einmal. Gucken, ob ich da angreifen kann. Und hier hinten... Okay. Hier müssen wir heilen machen. Und hier... Ja, kommt noch nicht. Müssen wir leider warten. Stopp natürlich jetzt der Vormarsch ein bisschen, aber... Dann haben wir nix mehr hier. Das können wir ja nicht machen. Bis dahin ziehen. Dann könnte man hier... Und wir hier... Ach, alles gleich blöd. Wenn wir hier mal... Gut, ich sehe, dass die Zeit drüber ist. Dann... Tschüss, ciao... Und auf Wiedersehen. Ciao. Entschuldigung. Jojo. Vielen Dank.